dann sagen wir mal hallo ihr daheim gebliebenen und willkommen zum straßen fahrrad fahren also aktuelle date 21,5 kilometer in sechs stunden fahrzeit 879 höhenmeter anstieg deswegen lasse ich vorlaufen und die kamera laufen ich weiß was schon kommt mann Flo die scheißrunde, das ist schon eine scheißruhe ich fahr nie wieder mit dir hast du Ball? ich glaub ich fahr schon bald runter bis das Frauenshooting vorbei ist die Brems losgelassen, da wär nix passiert da war ne Wurzel scheiße, ja das wär ja mal geil ich möchte fahren ich glaub ich lasse an der Uni ein bisschen Luft raus und mache auf der Luft in die Gabel rein also Luft aus den Rädern und Druck in die Gabel da war unbedingt close ich weiß, du wсыл da war nicht da war nicht Bye avete da war wieder nix Fußstellung war scheiße so jetzt aber jawoll jetzt an die Fußstellung denken 3 mal hat's geklappt scheiße ich glaube da kommt was interessantes auf dem Jeep habe ich Serpentinen ja gut hier gehen sie ja noch die Serpentiner ja oooh ja ok ja doch ok ja das sieht krassisch ok Aua setzt um schön gell hihihi fuck alter moment ich setz auch professionell um ok 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 fehlt das problem ha 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 ok das muss noch etwas tiefer sein königreich und ne wahre Stütze das wisst wahrscheinlich alter schön hier schön ohne keine wahre Stütze verdammt ja aus dem Sattel aus dem Sattel aus dem Sattel und nuff mit der Wutz und nuff und nuff die Wutz das wuuu 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 weg suchen? ah ja da ist was ich glaube wir müssen im summer nochmal her wenn mensch ja laub ist und trockener alter scheiße ich denke mir so ja ja so könnte es funktionieren nee nee kopf sagt nee ah guck mal guck da der abkürzter sauber im ersten halb hab ich gedacht der kickt noch was was machst du noch? ich hab gar nicht gesagt, ich mach mich sehr wie ein paar alter was machen wir da heute wieder? ich hab die kobold, steh mal wieder drauf geil alter noch mal noch mal schwarzer pfeil jedes stück gefällt mir hallo? wo willst du hier? hallo baum du stehst ein bisschen blöd? alter warte warte ah das war umsetztechnik kopf 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 scheiße ich hab mich irgendwie nicht getraut aufs hinderrad hoch alter kopf die ich möchte nichts sagen aber euer guide ist echt granat alter was er trails heraussucht hat bei dem wetter oh fuck 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 alter und rauskomme alter ex am arsch zwei kurven geschafft zu fahren oder drei ich komme ins schwitzen vom runterfahren ich müsste wohl gleich eine kamera machen wo er ihm die fress zeigt wie die fress geht beim serpentine fahren klein wir meinen gerade euren guide hat schnapps gesoffen ich muss mich nicht mehr ich muss mich nicht mehr oah alter ok 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 hey hey sauber sauber ja ja baby baby oh 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 alter 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 ich sehe mich schon wieder auf der fressliege ist das geil? du bist ein bisschen schäler als kornpuss ja 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 so jetzt easy runter einfach runter jawoll